Was geht ab, Leute? Willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und dieses Video wird etwas anders sein als die meisten Videos, die ich hier hochlade. Und zwar habe ich letztens unsere Bio-Mülltonne aufgemacht und einige tausend Madeln da drin gesehen. Und das war eigentlich ein ekliges Gefühl, gleichzeitig aber auch ziemlich faszinierend. Und da bin ich auf eine Idee gekommen, ein Experiment durchzuführen, in dem ich probieren möchte, welche Lebensmittel diesen Tierchen am besten schmecken und was wir davon am schnellsten wegessen würden. Aber bevor wir dieses Experiment starten, brauche ich professionelle Meinung von jemandem, den ihr vielleicht schon kennt, vielleicht aber auch nicht. Und ich werde ihm einige Fragen stellen. Let's go! Sein Name ist Insekthaus Adi. So heißt er auf Instagram und TikTok, wo er schon viele Follower gesammelt hat. Er ist 23 Jahre alt und sein Hobby ist es, tropische Insekten zu züchten, welchem er die letzten 10 Jahre seines Lebens gewidmet hat. Man kennt ihn eventuell durch TV-Auftritte bei Galileo oder Jeremy's Next Topmodel oder diverse YouTube-Auftritte auf verschiedenen Kanälen oder man kennt ihn eben gar nicht, weil man Insekten scheiß langweilig findet. Er hat schon die ganze Welt bereist auf der Suche nach neuen und außergewöhnlichen Insektenarten und hatte sogar eine Kooperation mit Gucci, was man ihm überhaupt nicht ansieht. Ja. Vor über einem Jahr hatte er das Glück, das Team Bro kennenzulernen, bei denen er sich regelmäßig einlistet, wenn er mal wieder in Köln ist und wie immer zu geizig ist, sich ein Hotelzimmer zu nehmen. Junge! Und ich dachte, ich wäre der größte Allmann. Was hast du hier mitgebracht? Also, Dima, ich habe heute für dich drei Kilo Mehlwürmer mitgebracht. Okay, wieso Mehlwürmer und nicht Maden? Ich dachte, Maden und Mehlwürmer sind das Gleiche. Also, nicht ganz. Maden sind eher Fleischfressende. Maden kommen von Fliegen. Du hast ja in der Mülltonne kleine Maden gesehen. Das waren Fruchtfliegenmaden, wahrscheinlich die durch Obst gekommen sind. Und aus denen steht was? Aus denen stehen Käfer. Ah, okay. Mehlkäfer. Das sind so kleine, ein, zwei Zentimeter große Käfer. Schwarz. Schwarze Käfer, okay. Die essen aber alles, hast du gesagt, oder? Die fressen ziemlich alles, sind aber eher auf Getreide spezialisiert. Aber die sind so für Fressen, dass die wirklich an alles gehen. Freunde, bevor wir weitermachen, wollte ich eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle machen und euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr diesen Kanal kostenlos abonnieren könnt. Und auf jeden Fall solltet, wenn ihr diese Art von Content nicht verpassen wollt, das ist ganz einfach. Hier unten dieser rote Knopf, falls noch rot ist bei euch, macht ihn einfach grau. Und wenn ihr schon dabei seid, klickt auch auf die Glocke. Das kostet beides nichts. Und dann werdet ihr nie wieder ein Video von mir verpassen. Diese Videos kosten viel Arbeit und es kann geschätzt werden, indem ihr auch einfach einen Daumen nach oben da zeigt oder einen Kommentar schreibt, was euch daran gefällt oder was nicht gefällt. Einfach aktiv da sein und dann sehe ich, was ich verbessern kann. Und so macht es natürlich mehr Spaß, diese Videos zu machen. Eine weitere Sache, ein kleines Experiment, was für mich interessant ist. Schreibt es gerne jetzt in die Kommentare, ob ihr gerade das Video alleine guckt oder vielleicht mit Freunden oder mit der Familie. Und wenn ja, dann mit wie vielen Leuten. Würde mich echt freuen, wenn ihr das einfach in die Kommentare schreiben würdet. Und bleibt bis zum Ende dran, denn da gibt es noch eine kleine Verlosung. Und ich werde euch zeigen, wem ich die VR-Brille schicken werde, die ich in einem meiner letzten Videos verlost habe. Und ich würde sagen, wir machen das mal weiter mit dem Video. Okay, guck mal, ich habe mir überlegt, fünf verschiedene Lebensmittel zu nehmen und diese Dinge da reinzupacken und zu gucken, was davon am schnellsten weggefressen wird. Meinst du, das reicht? Je nachdem, was wir leben, wenn sie mitlebt. Etwas Gesundes, etwas Ungesundes, etwas mit Zucker, etwas, was jeder kennt, so etwas, was wir alle lieben. Aber die Frage ist, ob sie das genauso lieben wie wir. Das möchte ich herausfinden. Das werden wir auch herausfinden. Aber mit der Menge kann es wirklich ein Problem werden. Wir haben jetzt hier drei Kilo. Und die brauchen auch immer eine gewisse Zeit, um etwas wegzufressen. Ein paar Tage wird es auf jeden Fall dauern. Was denkst du, was sie am liebsten essen? Gesundes. Zum Beispiel? Gemüse. Und von wem werden sie selbst gefressen? Also, die werden normalerweise für Reptilien gezüchtet. Aha. Inzwischen aber auch als Lebensmittel für Menschen. Stimmt, da sind ja Proteine drin, gell? Genau, also Melbömer sind inzwischen auch schon ziemlich gut auf dem Markt und in vielen Restaurants. Okay. Was ist deren Aufgabe in der Natur? Warum sind die da? Also, die haben jetzt keine wirkliche Aufgabe. Ich weiß auch gerade nicht, wie weit sie verbreitet sind auf der Welt. Soweit ich weiß, sind die ziemlich überall in Europa. In kleineren Mengen eher auf Feldern in der Erde. Okay, also willst du mir sagen, die sind unnötig eigentlich, gell? Eigentlich unnötig, aber gut vielleicht für die weitere Natur, wie Vögel zum Beispiel. Oder für Burger-Pattie. Oder für Burger-Pattie. Dazu seid ihr zum Burger-Pattie machen, Vier, Alter. Dafür seid ihr entstanden. Was ich vorhabe, ist eigentlich, dass in einer Zeitrafferaufnahme zu filmen, über mehrere Tage verteilt. Und das könnte cool aussehen, wie sich diese ganzen Lebensmittel vernichten. Aber kann man jetzt schon was cooles mit denen machen? Ihr könnt eine kleine Challenge tatsächlich machen. Ihr könnt die Hand reinlegen. Reinlegen? In die Würmer rein, dann, wenn dich ganz langsam reinbeißen in deine Hand. Kann man das nicht auf die Hand nehmen, so ein paar? Ne, das ist zu langweilig. Ich habe schon einmal ausprobiert, ich habe wirklich auch nicht lange durchgehalten. Ich beiße nicht wirklich rein, ne? Der Gewinner bekommt 50 Euro, gell? Okay. Oder deine Gucci-Bag, weil ich weiß, dass ich gewinnen werde. Spaß machen, 50 Euro, gell? Okay, 50 Euro. Komm, let's go. Da war ich, Dima. Oh, ich will das nicht, glaube ich. Wir machen die Hand jetzt langsam rein. Okay. Oh mein Gott, das brennt. Ja, das füllt sich an. Es brennt jetzt schon. Wieso brennen, ne? Weil es sind wirklich hunderte Bisse. Das fühlst du an, wie so ein Brennnessel. Und nach der Zeit? Genau, genau. Es wird noch viel schlimmer. Nein. Die fangen erst an. Doch. Wollen sie mich essen gerade? Ja, die essen nicht gerade. Nein. Du wirst im Meer nicht auch gefressen, Dima. Ach du Scheiße. Oh, ich habe mir das weniger schlimm vorgestellt. Echt? Ich überlege aufzubrechen, ihr. Rillain, kannst du noch? Boah, das ist eklig. Boah, es brennt unnormal, ihr kleinen Wichser. Ich habe richtig Gänsehaut am ganzen Körper, ne? Das ist gut für die Durchblutung, ne? Gänsehaut, sieh mal das. Ach du Scheiße. Komisch, ey. Ach du Kacke, Alter. Okay. Ich habe alle reingebissen, ne? Ich habe verloren, ist mir auch scheiße geil gerade, ne? Das ist mir 50 Euro wert, Alter. Das ist so eklig. Du kannst ja für dich anfassen. Mach du mal, ich kann das nicht. Mega schön gemacht. Warte mal, da kommt Blut. Ach du Scheiße, siehst du das? Wieso ist das bei mir nicht so? Sieht man das auf der Kamera? Ich blute. Du, das war schon hart. Verpiss dich, Mann. Du warst schon härter als gedacht. Das wollte die dünne Haut raus. Ich mache es nicht nochmal auf jeden Fall. Danke für die Sache. Kein Problem, ey. Noch nie in meinem Leben habe ich so schnell 50 Euro verloren. Vielen Dank, Tima. Übrigens, Leute, dieses Haus verwandelt sich langsam in ein Insekthaus. Aber nicht ein Insekthaus Adi, sondern weil wir hier schon einige Insekten drin haben. Denn Falko interessiert sich auch extrem für Insekten. Ist gerade übrigens hinter der Kamera. Und er hat einige Käfer bei sich im Zimmer, die sexuell sehr aktiv zu sein scheinen. Ich blende euch kurz ein Video ein, was bei denen abgeht. Ich weiß nicht, ob das Inzest ist oder sowas. Aber ich will nichts damit zu tun haben. Aber das sieht auf jeden Fall witzig aus. Wollte ich nur einen kleinen Funfact am Rande einblenden. Aber ja, also dieses Haus scheint sehr lebendig zu sein. Habt ihr Insekten zu Hause? Das würde mich auch interessieren. Wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, welche Insekten ihr zu Hause habt. Hoffentlich nichts Gruseliges. Okay, bevor ich das dem Zuschauer schicke, muss ich natürlich alles resetten. Nicht, dass jemand sieht, was ich mich für Pornos in 360 Grad angeschaut habe. Deswegen habe ich das gerade alles auf Null gesetzt. Hier wird der Kommentar eingeblendet von demjenigen, der das gewonnen hat. Er hat einfach einen nicht unbedingt kreativen Kommentar, aber einen Kommentar geschrieben, der meinem Herzen geschmeichelt hat. Hast du gut gemacht. Ich werde das jetzt einpacken und an dich schicken. Ich zeige das extra, damit die Leute nicht denken, dass ich das einfach nur gesagt habe und trotzdem nichts verlose. Das wird wirklich rausgeschickt. Falls ihr mir nicht glaubt, könnt ihr denjenigen fragen. Und dieses Mal möchte ich auch was verlosen. Und zwar ein Amazon Echo Dot. Das ist so ein Smart Home Gerät. Auf jeden Fall, wenn ihr das haben wollt, schreibt in die Kommentare, warum und was ihr damit anstellen wollt. Ich werde per Zufall jemand auswählen und in einem der nächsten Videos auslosen. Viel Erfolg damit. Und wir machen weiter mit dem Video. Ich würde sagen, dass ich dir jetzt die Sachen zeigen werde, die ich vorbereitet habe. Und du entscheidest, was davon am meisten Sinn macht. Ja, machen wir. Kannst du wieder ein bisschen Anstand machen? Also ich habe mir solche Behälter geholt. Und ich habe fünf Stück davon. Du sagst aber, es ist zu viel. Ja, also wir machen nur wirklich drei. Drei, ne? Okay. Dann zeige ich dir gleich die Sachen, die ich vorbereitet habe. Wir haben einmal einen Cheeseburger. Geil. Gut? Ich denke, das wird gut. Okay. Auf jeden Fall ist ein guter Kampf. Apfel. Das könnte lange dauern, aber es sollte gut sein. Rikas? Keine Chance, oder? Schwierig. Es ist auch sehr hart. Was hast du noch? Erstmal ein großes Stück Käse. Emmentaler. Ja, doch. Das könnte auch gut sein. Wird cool sein. Ja, die können sich voll durchlechern. Ein Pfirsich. Ist weicher als Apfel, gell? Eigentlich besser als Apfel, ja. Besser, okay. Interessant. Die letzte Sache ist, ein Kuchen. Tada! Der Hamburger, der wird sicherlich krass. Die Torte auch, auf jeden Fall. Apfel oder Pfirsich? Pfirsich. Käse können einen richtig geilen Effekt haben, weil die sich richtig geil reinbeißen können, weißt du? Hammer. Ich habe erstmal die ganzen Sachen reingemacht. Er sagt, am besten zuerst die Mehlwürmer rein und dann die Sachen. Applaus an meine Intelligenz, oder? Das wirst du schon immer. Komm, dann hol mal die Würmer und lass sie reinmachen. Dich, Falko. Danke, danke, danke. Danke, lass nicht mehr. Boah, danke, sei. Wow. Zügelig. Wunderschön. Guck mal, wir haben zwei Dinger voll und wir haben noch eine ganze Kiste davon. Das heißt, wir machen doch vier, oder? Ja, wir haben fünf vier. Mega. Das heißt, wir machen den Käse und den Pfirsich. Hammer. Hammer. Das Braune ist alles die Kacke von denen. Ey, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll es hier gerade stinkt. Ich wünsche dir als Geber 4D-YouTube, damit ihr das auch mitbekommt. Das ist so unangenehm, eigentlich. Ich habe hier die Zeitraffer-Aufnahme so eingestellt, dass alle 30 Sekunden, oh mein Gott, ich habe nichts gemacht. Alle 30 Sekunden sollte eigentlich ein Foto gemacht werden und jetzt läuft die Kamera eigentlich schon. Dann soll er halt laufen, ne? Das schickst du halt heute oder so. Jetzt kommt der geilste Moment und zwar platzieren wir endlich die Dinger da rein. Cheeseburger? Cheeseburger. Burger. 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 Lecker schmecker, oder Leute? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auch gerade Bock drauf habt. So wie die Maden, ich meine die Mehlwürmer natürlich. Gönnt euch, Alter. Wir machen jetzt den Käse rein. Mhh lecker. Als nächstes kommt gesund Pfirsich. Und jetzt natürlich die gute alte Erdbeer Torte kommt jetzt auch noch. Erdbeer Torte? Schnitte. Gönnt euch. Gönnt euch. Also Leute das Experiment startet jetzt und ich bin gespannt wie lange das dauert bis diese Sachen auch gegessen werden. Wünschen wir uns Glück oder den Asensio? Glückwünsche. Ja hau bei. Wir haben jetzt kurz einen Break gemacht bei der Zeitrafferaufnahme. Und man sieht glaube ich jetzt schon auf welches Produkt die Würmer am meisten Bock haben. Ich habe gehofft dass die auf etwas gesundes eher stehen. Aber wie man jetzt schon sieht haben sie extrem Bock auf den Burger. Und der Rest hält sich eigentlich auf dem gleichen Stand. Mal gucken ob sich das noch verändert über die Zeit. Aber bis jetzt erinnert mich die Würmer schon sehr an uns Menschen. Denn wir Menschen stehen auch mehr auf ungesunden Scheiß und nicht auf die gesunden Sachen. Bin gespannt wie es weiter läuft. Schauen wir uns das mal an. Freunde ganze vier Tage hat es gedauert und meine GoPro hat glaube ich 13.000 Fotos gemacht aus denen ich ein zusammengesetztes Zeitraffer Video gemacht habe. Es war eine Menge Aufwand aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und was haben wir rausgefunden? Eine kleine Überraschung und zwar Adi hat gedacht dass die auf gesundes erstes mehr stehen. Ich habe das gehofft. Aber man hat gesehen dass sie den Burger als erstes vernichtet haben. Was mich etwas überrascht hat Adi auch. Und der Rest kam danach also das gesunde der Pfirsich und die Torte ist nicht wirklich gesund. Aber der Pfirsich und der Käse und die Torte kamen erst zum Schluss eigentlich gleich schnell. Obwohl man anmerken muss dass der Käse ein bisschen größer war von der Menge glaube ich. Deswegen hat es vielleicht länger gedauert. Aber ich hätte nicht gedacht dass sie den Burger als erstes fressen. Was ich euch fragen wollte was habt ihr gedacht bevor ihr das gesehen habt was als erstes gegessen wird. Wusstet ihr das vorher schon dass das der Burger sein wird? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und schreibt eure Vorschläge für weitere Experimente dieser Art auch unten rein falls ihr Bock auf sowas habt. Dankeschön auch an Carsten für die Unterstützung bei diesem Video. Danke auch an Falco der gerade hinter der Kamera ist. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und hinterlasst ein Abo und klickt natürlich auf die Glocke. Und klickt diese Videos an falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ansonsten wir sehen uns bald wieder. Bis dahin bleibt schön gesund und gut drauf. Tschüss.